Musik Tja, da sind wir, hier stehen wir und können nicht anders. Ganz pünktlich um 6 Uhr morgens, live aus dem Studio C. Es sei denn, Sie haben Ihren Videorekorder eingeschaltet, vorsichtshalber, und jetzt ist es bei Ihnen schon so um die 10 herum oder so. Unser erstes Thema heute Morgen ist die neue Regierung in Israel. Aber zuerst gehen wir natürlich nach Hamburg zur Tagesschau zu Werner Feige. Moin, moin. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Bundesaußenminister Kinkel will bei seinem Besuch in der Türkei... Bundesaußenminister Kinkel